So und damit herzlich willkommen zu einem Neunterschlag von Monopoly Go. Diesmal wortwörtlich Go auswärts. Wir sind nämlich draußen in der freien Natur und spielen mit euch gemeinsam Monopoly Go. Unlang zu reden? Let's go! Lass mal gucken was alles passiert ist. So, wir machen mein Bild wieder klein, schieb mich ein bisschen beiseite. Zum Start heute gleich mal 50 Würfel, 4,77 Millionen und einen Hund gibt's heute. Sehr schön, nehmen wir gerne mit. Ach, ne Katze ist das. Hab's bei Monopoly, ne Katze? Weiß jetzt gar nicht. Aber wir lassen unser Auto. So, hier ist ein Abbot. Kaufen sie sich ein paar Würfel. Wollen wir das nicht machen? Wollen wir sehen wie weit sie heute kommen. Wir haben wieder Freunde, wie der einen nicht abschattieren muss. Kriegen wir hin, haben wir gemacht. So, aktuell 100 Würfel im Start. Ihr wisst ja noch bei letzter Ausgabe. Alter Schwede, dachte ich mir so. So viele Würfel. Aber ist okay. Haben wir hinbekommen. Wir haben eine lange Hauskappe gewesen. Aber jetzt wollen wir mal gucken wie es bei uns vor Ort aussieht. Wie wurden auf unsere drei Gebäude jeweils angegriffen. 4, irgendwas Millionen haben wir. Das sollte reichen zum Reparieren unserer Gebäude. Jetzt müssen wir erstmal wieder, damit wir schick sind. 3, irgendwas haben wir noch. Wir spielen erstmal. Und dann werden wir sehen wie viel Geld wir noch haben. Was ist das da unten jetzt wieder Neues? Achso, ungefähr ein bisschen Geld nebenbei zu gewinnen. Okay, los geht's. Was für ein Start. Gleich ins Gefängnis. Na gut. Ja, kein Pasch. Gott sei Dank. Kosten für rausgekommen. So, wollen wir mal sehen, wen wir heute auf Facebook auch besuchen dürfen. Vielleicht oder auch nicht. Über 100 Würfel. Machen wir mal zwei rein. Sind da eigentlich schnell verbraucht. Ob wir unsere erste Zeit haben. Oh, wir können doch mal die Tour öffnen. Machen wir auch noch recht. Wir können ja die Tour öffnen. Die ist voll gespickt mit Geld. So, ein bisschen Geld nebenbei noch einnehmen. Also nicht von dem bitte Hintergrundgeräuschen sind, wenn man hören sollte. Auf dem Spielplatz drauf. Mit leicht böigem Wind. Deswegen hat man auch extra ein Mikrofon mit Puscheln. Damit der Wind nicht ganz zu sauer reinpfeift. So, gleich mal nach der Tour öffnen. Und die Minuten erst ab ist. Es geht nach. Zu. Claudia. Liebe Claudia. Du hast da zwei Logos drin. Wir schmeißen sie vorne in den jungen Mann raus. Das kann. Klapp. Wieder so drin. Liebe Karriere. Vielen Dank für 2.000. Liebe Würfel von Geburt. Bis demnächst. So. Noch 89 Würfel. Und unser Jackpot. Bei Freiparten geht es ja auch ein bisschen. Zack. Einmal passiert. Ich beginne mehr sammeln. Immer sammeln. Immer handeln. Und jetzt. Ich bin jung. Ich brauche das Geld. Mal wieder. Das ist für den 5.400. Und. Nicht schüss. Löffel weg. Die Haut ab. Einfach so. Gibt es ja gar nicht. So. Hier haben wir noch keinen Pfeiltape. Aber wir haben noch nicht alles mit Pfeilzchen. Wir befinden uns auf dem Weg zu den 1.000 Würfeln. Aber ich sage jetzt schon mal. So. Ich spiele noch aus. Äh. Ich bin nicht schaff. Reparieren wir es mal ein bisschen. Oder. Schutzschild aufbauen. Wie gesagt. Reparieren. Ist ja übertrieben dabei. Zack. Mein Handy wird gerade nicht dukler. Überbauend wird nicht dukler geworden. Weil. Ähm. Auch nicht hatte Sonnen. Das ist ein bisschen so dieses. Ähm. Damit ich nicht in den Länden werde. 125.000. Und. Nehmen wir mit. 4,7 Hamelschmeter. Das heißt. Wir könnten auch gleich wieder ein Gebäude schick machen. Wir gucken gleich mal nach. Mh. Ja. Das sind wir. So. Schöne Fernseher drauf. Muss sein. Ich guck einmal kurz in meine Handy-Einstellung. Weil das Licht dunkel stört mich gerade ein bisschen. Kann euch aber nicht beeinflussen. Okay. Gut. Dann bleibt das so wie es ist. Weiter geht's. So. Dann bleibt das so wie es ist. Noch. 63 Würfel noch. Und wieder mal die Kühlzei. Nehmen wir auch welche mit. Na? Pasch. Kein Pasch. Schade. 41.000 gefunden. Das ist mein nebider. Das ist wirklich ein bisschen Verlust jetzt gerade. Das ist wirklich ein bisschen mehr Kinder. Ich bin der Profi-Bestörer. Radiatorze 38, willkommen. Mal gucken, ob ich da was bei dir bewegen kann. Ob meine Endlustrufe in der Mitte steht. Ende, Ende, Ende. Zeit für ein Auto. Und dann hat sie das Logo. Danke für die 200.000. Liebe Grüße von YouTube an Gradierend Horst. Das nebenbei war gerade mal Kinkert gewesen. War gerade ein bisschen erschöpft gewesen, weil der Kinn sehr gerade gedreht. War ein bisschen anstrengend. Abgeschlossen ab bis nah zu, so nach, äh, Eliteloops der 98. Aber das ist mal logisch noch da. Sie waren gestern nicht da. Können wir uns in der Ruhe noch mal noch mehr verbreiten. Tschüss. 200.000. Noch mal, liebe Grüße denn von mir? Äh, von YouTube. Das ist schon so ab bis Nummer 2. Auf die Inselände. Noch 57. 53. Wir gucken euch mal nach unserem Jackpot, wie wir heute gewinnen können. Nach dieser Runde. Wir beginnen eine Runde noch rum. Einmal über Start. Und dann gucken wir, was wieder nach dem Jackpot mitnehmen können. So, erstmal kurz, Manuela. Danke für die Miete. 27.200. Und tschüss. So, wir wollen mal kurz die Miete abkassieren. Miete abkassieren. Hier unser Gemeinschaftsruher. So, machen wir Bonis, wie wir heute gesammelt werden. Los geht's. Jep, wunderbar. Ein Päckchen. Karten. Leider nichts Neues. Also, ab und in die Box. Intrusion. Hier mal keinen Bonus. Oh, schon. 700.000. Das ist okay. Ah, das fehlt noch mehr. So, guck mal, was jetzt passiert. Noch mehr Geld. 1,5 Millionen. Und ein Geschenk mit der Tour noch. Weder einen Freund aus. Wunderbar. Dann machen wir gleich mit dem nächsten Freund ein Geschenk. Extra Geld für 5.000. Wir nehmen auch gerne mit. In 2 Minuten. Und die Fähne mit. Das ist noch schönes Geld. Aber wir kriegen noch ein Geschenk. Daumen auf 5.000. Oben drauf. Und im Bonus mal 7. Wenden. Okay, jetzt wird's knifflig. Kriegen wir noch einen Bonus? Noch ein Freund? Nein. Wirkend hohe Abereiche auch, ne? So, wir sind hier ein Junger, ne? 2 Millionen. 2.640.000. Ist unser Gewinn. Dankeschön, liebe Freunde, die wir hier bauen. Und die Kabel. So. Und Mitte von Martha. Danke, Martha. Und tschüss. Und wieder ab ins Gefängnis. Na toll. Mal gucken. Pasch oder kein Pasch. Oder wer geht? Bezahlen. Wir müssen Geld bezahlen. Okay. Wow. Aber jetzt dafür ein Bandüberfall. Das war zwei Bonus. Ich habe knapp eine Million Euro. Eine Million Dollar. Molekültal. Das kann ich maximal gewinnen. Ein Geldschein noch. Foto war falsch. Bedeutet. 802.000. Dankeschön. Wie die größte Freunde. YouTube. An Samir. So. Wir legen mal ein bisschen den Turbo ein bisschen rein. Sonst habt ihr das lange. Wie wir gestern schon lange gestreamt haben. Bei der Raketen auf die Luft. Das sind drei Fahrten. Wieder 55.000. Dankeschön. Ich habe schon fast 5 Millionen auf dem Handlung. Und wir fahren wieder einmal. Die müssen wir jetzt nochmal kurz besehen. Jetzt sind wir bei Ex-Kaltivism. naja, Ex-Kaltkitter wieder zum Hals gemacht, ähm, wir versuchen mal das Gebäude mit abzureißen. Oh, so schön, das geht nicht. 38.100 Euro gewonnen. Dankeschön, liebe Grüße von YouTube. Ein Ex-Kaltkitt, Kaltkitt, naja. So, welche Würfe haben wir noch? 31 Würfe noch. Ein Ereignis fällt ab zum Bahnhof. Okay. Wir dürfen abreißen gehen bei... ...Nathalie. Hallo, Nathalie. So, wo reißen wir ab? Hier vorne ist es da. Wenn der Zylinder umher schwebt, wenn es abkommt, dann ist es da. Obers-Mitrobes-Handels ist da bei Nathalie. Und wir bedanken uns jetzt 200.000, liebe Grüße von YouTube. So, die letzten 29 Würfe. Ah, ich glaube, wir sind Schatten. Dann geht auf den Schatten, mein Kind. Liebe Schatten, ich meinte die Beide. So, noch 21 Würfel, dann ist das Spiel auch durch. Oh, das ist jetzt nicht gekommen, mein Kind. Noch 15 Würfel, dann können wir gleich mal ausbauen. Bei Extras gewinnen wir uns nicht großartig. In dieser Runde. Gott sei Dank, das hat mir lange genug gedauert. Also mal eine ganz normale Runde. 5 Würfel. 5. 3. Ereignisfeld. Da haben wir 6 Würfel. Hauptsache, ich finde es super gestern wieder. Nummer 3, Ereignisfeld. Abends zum Bahnhof, nehmen wir gerne mal mit. Wir haben noch zwei, bis wir lieber da gesehen haben. Wir haben hier Bangkok-Überfall bei Manuela. 1,4 Millionen Maximale-Park. Mal gucken, was hier da rauskommt. Freund, der Freund. Dankeschön, Manuela. Liebe Grüße, Freundin. So, da haben wir noch zwei Würfel über. Jetzt noch ein Würfel und nochmal Bade. Okay. Abriss bei Vivi. Geben wir mal die Sente hin. Ende, Ende, Ende. Unser Logo, Freundin, auch jetzt da. Hallo Vivi. 200.000. Liebe Grüße und Dankeschön. So. Jetzt aber noch ein Würfel. Da wäre ich mir sagen, kauf doch mal was. Will ich aber nicht kaufen. Nein, Freunde, der Laden war ja auch nicht. Habe ich noch da. Letzter Würfel. Die Gnomite von Vivi. 27.000. Dankeschön. So. Das war's jetzt wirklich. Jetzt können wir noch unser Land ein bisschen erweitern und dann sind wir auch soweit durch. Wir haben sieben Millionen. Dann brauchen wir hier mal ein bisschen mehr. Dann brauchen wir hier mal ein bisschen mehr. Dann brauchen wir noch mal. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist zu wenig Geld. Jetzt müssen wir ein neues Gebäude nehmen. Wir nehmen den Wald zu vorne. Im Park. 1,4 haben wir noch. 1,2 kostet jetzt. Wunderbar. 150.000 haben wir noch über. Das war's dann gewesen. Jetzt können wir die Häuser platzieren. So. Okay. Wo ist denn jetzt mein Gesicht? So. Also. Das war heute mal eine Schnellnummer gewesen. In Sachen Monoculiveau. Wirklich mal draußen mal. Das heißt, wir haben mobil. Als Go-Variante. Wir danken uns fürs Zusehen. Bis zur nächsten Runde bei Monoculiveau. Bis demnächst auf meinem Kanal. Tschüss. Euer Marco Lorenz. Auf dem Blitz gesagt. Tschüss. Hab deine Hand gesehen? Ich weiß gar nicht. Das machst du so. Tschüss und bis bald.